Willkommen zurück zu Slime Ranger 2. Wir werden heute, da ich ja content-technisch eigentlich relativ am Ende bin, nochmal auf der zweiten Karte ein paar Dinge erledigen. Wir werden auf der ersten Karte, das machen wir jetzt aber als erstes, noch gucken, dass wir die Feuer Slimes gezüchtet bekommen. Und wenn wir die Feuer Slimes gezüchtet haben, machen wir noch auf der zweiten Karte Secrets freischalten. Ich werde jetzt, falls uns irgendwas fehlt vom Suit oder so, das werde ich jetzt noch nicht mitmachen. Wenn mal irgendwann eine Content-Erweiterung kommt, bin ich gerne bereit, hier noch ein bisschen mehr Spielzeit rein zu investieren. Aber ich finde jetzt weiter zu spielen, um einfach nur noch den letzten Rest rauszukitzeln. Und ohne dabei neuen Content zu erleben, bin ich immer ein bisschen mühselig, weißt du? Deswegen, wir schließen das heute ab. Wir gucken, was wir hier noch rausholen können, was wir noch alles an Abenteuer erleben. Und dann ist hier Eierabend, weißt du? Euch greife ich jetzt mal noch nicht an. Oh, hier müssen wir unbedingt leeren, Leute. Leeren müssen wir hier. Viel zu viele Männer auch. Oh, warte mal, das Kücken ist hier irgendwo... Ich dachte gerade, wir haben das Kücken irgendwie eingesaugt. Wie kann das sein, dass die eigentlich... Ist das nur eins hoch oder warum haben wir die ganze Zeit hier Freiläufer? Moin Jan, ich grüße dich. Geht's dir heute schon einen Tick besser? Unser Tag war, naja, war ein Freitag halt, ne? An einem Freitag muss man halt noch arbeiten. Arbeit ist natürlich immer belastend. Wobei, wie gesagt, die schweren Themen sind eigentlich weg. Ich habe jetzt noch ein letztes großes Thema. Das habe ich eigentlich auch so gut wie fertig programmiert. Das heißt, die Arbeit wird jetzt die nächsten Tage wieder ein bisschen chilliger. Nächste Woche... Muss ich mal gucken. Dienstag ist Feiertag hier. Da können wir gerne ein bisschen länger streamen. Kommen wir richtig auf die Kacauern. Oh, lol, guck mal, wir können jetzt 40... Stimmt, wir können jetzt 40 Items tragen. Ja, geil! Wir machen mal ein bisschen Geld gerade, ne? Oh, sorry. So, erstmal ein bisschen Kohle für dich. Wird eigentlich mit Omen Valorant. Ah, ja. Dann nehm doch Gandalf mit. Spiel doch mit Gandalf zusammen, Valorant. Oder wollt ihr ranked daddeln? Was hatten wir hier noch als zweites? Achso, auch die Gelben, ne? Hier haben wir halt auch Gelb-Blau. Eigentlich haben wir Scheiße kombiniert. Bin ich early in the morning. Ja, wir haben Smile geguckt, genau. Und Frozen ist gerade aufgefallen, dass, äh... Smile ein Anerkampf für Slime ist. Und lustigerweise habe ich Slime-Range am selben Tag angefangen, an dem wir entschieden haben, dass wir Smile gucken im Kino. Aber es ist extrem, äh, extrem lustig eigentlich. Diese Zufälle, die gibt's eigentlich gar nicht. Müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Äh, Kali spielt, glaub ich, irgendwas mit Arafiris, wenn ich mich richtig entsinne. Ich weiß auch nicht was. Entweder Battlefields oder Hunt. Aber vielleicht, äh, fragt doch mal nach. Vielleicht spielen sie auch, äh, Dings. Valorant. Kann natürlich sein. Ich hab Depri, äh, 300, äh, Schokoküsse. Ah. Aber, Jan, das ist auch nicht gesund, ne? Ist aber auch nicht gesund. Klingt, klingt süß auf den ersten Moment, aber gesund ist das nicht. Teil die, die auf jeden Fall gut ein. Ich find das immer schlimm, äh, ein Kumpel von mir, der hat das auch immer gemacht. Ähm, der hat immer, wenn Schokoküsse oder irgendwas an Süßigkeiten im Angebot war, halt immer reingehauen, ganz, äh, komplette Paletten aufgekauft und hat halt gesagt, ja gut, das war ja im Angebot, ich habe nur die Hälfte bezahlt. Ja, aber Moment mal. Wäre das nicht im Angebot gewesen, hättest du die gar nicht gekauft. Da hättest du noch mehr Geld gehabt und hättest sogar nicht auf deine Gesundheit geschissen, ne? Weil das geht ja schon auf den Körper. Wenn du dir die dann auch noch innerhalb von zwei Tagen reinziehst, die Paletten, ist das nicht gut. Da kannst du mir sagen, was du willst. Na ja, gut. Wir ziehen weiter. Die machen Velo dann, glaub ich. Naja. Du bist da unerwünscht? Hast du nachgefragt? Und die haben gesagt, ne, mit dir wollen wir nicht. Oder ist das jetzt, äh, rumgespinne von dir? So, warte mal. Die kriegen... Ja gut, die essen das. Die kriegen von mir jetzt irgendwas. Ganz ehrlich, wir haben genug von allem. Die kriegen jetzt alle irgendwas. Ich geb da jetzt nen Scheiß drauf. So. Hauptsache, die produzieren. Hier ist hier die. Oh ja, perfekt. Hier, dann erstmal, dass ihr wieder glücklich seid. Ist ne Vermutung. Das hat nix... Also, deswegen damals... Das hatten wir ja auch besprochen, ne? Das lag ja an deinen Einstellungen. Wie du... Wie du dich halt verhalten hast. Das ist ja... Ich denk, das ist aktuell nicht mehr aktuell. So, komm, den geht's wieder gut. Jetzt hauen wir mal hier noch rein. Alter, das klang so, als wär einer hier draußen gewesen. Ich bin gefühlt im Moment auch unerwünscht. Was habt denn ihr alle jetzt für Depris, Alter? Was ist da los? Frozen! Ich hab keine Ahnung, was sich da geritten hat. Achso, gib die Reste an die Kollegen aus der Wache. Das ist, das ist cool. Das ist vernünftig sogar, würd ich sagen. Das ist vernünftig. Wie gesagt, das bringt dem Körper halt gar nichts, ne? Omen, frag da mal nach. Also, mir wäre neu, dass du unerwünscht bist. Äh, soweit ich weiß, macht's... Zumindestens das Spiel mit, äh, äh, Valorant macht ja Spaß. Äh, mit dir. Ist jetzt eine Aussage von Kali. Ähm. Sie spielt ja gerne mit dir. Ich glaube eher, das liegt jetzt daran, dass Kali, äh... Also, wir machen ja Green Hell mit Ara zusammen. Und, äh, sie spielt auch Hunt mit Ara zusammen. Und dann wechseln die halt einfach auch zu Valorant rüber. Und machen dann halt einfach, ne? Das hat glaube ich nichts mit dir zu tun. Bei mir bist du immer sehr gerne erwünscht, Omen. Gut, wir haben uns glaube ich... Ne, wir haben uns immer noch nicht um alles gekümmert. Wir müssen noch mal weiter wandern. Das war ja erst Höhle 2. Jetzt müssen wir hier noch rein. Diese Hühnersounds. Ich finde das... Ich finde die Sounds viel geiler, wenn du die schießt hier. Oh. Finde ich viel geiler, ja. Moin Paul, ich grüße dich. Paul ist auch einer, der am Wochenende mit bei Among Us mit dabei ist. Wo ich mich auch schon drauf... Oh, Among Us wird mal wieder strong. Ich hasse dieses Game, weil ich da absolut... Also, ich... Ich liebe das Spiel als... Nicht Imposter. Aber als Imposter hasse ich das Spiel. Aber... Trotzdem. Ich ziehe es durch. Wird bestimmt wieder mega strong. Das mögen die nicht, ne? Das mögen die nicht. Na gut. Achso, ich dachte du... Achso. Achso. Ich hatte dich letztens so verstanden, als wärst du auf jeden Fall mit dabei. Achso. Achso, achso, achso. Schade. Also, wir sind glaube ich aktuell für Among Us... Sechs oder sieben Leute, die fest mitmachen. Aber ich gehe mal davon aus, da kommen noch ein paar. Also, wäre schön, wenn wir zehn Leute zusammen kriegen. Das wäre schon cool. Ich suche gerade noch ein paar Hühner für die hier. Ich brauche Hühner. Ich brauche noch ganz viele Hühner, weil wir müssen, äh... Da hinten die produzieren. Sind wir noch genug drin? Ja, komm. So, das sind noch mehr als genug. Geil, Mann. Moin Spex, ich grüße dich. Hab ich gerade Among Us gehört? Äh, ne. Among Us. Wir spielen... Wir spielen am Sonntag Among Us. Ne, hast du richtig gehört, ja. Äh, was macht das Spiel eigentlich, was du programmieren wolltest? Äh, Jan, morgen gibt's einen kleinen Leak. Und nächste Woche, Samstag... Nächste Woche, Samstag, besprechen wir das. Da gibt's extra... Ich denke mal, wir nehmen uns mal eine Stunde Zeit, um die aktuelle Situation zu besprechen. Das heißt, einfach nächste Woche, Samstag, probieren da zu sein. Bis dahin, heil ich noch meine Klappe. Das gäbe Goose-Goose-Stack, was kostenlos wäre. Und so ähnliches. Ja, Goose-Goose-Stack haben wir auch gespielt, damals. Ja, klar. Aber, ne. Haha. Goose-Goose-Stack machen wir nächste Woche Donnerstag. Da ist ja mein Geburtstags-Livestream. Oui. Das ist mein Geburtstags-Livestream. Und da werden wir definitiv, äh, auch Goose-Goose-Stack spielen. In meinem Geburtstags-Livestream kämpft ihr gegen Adirion. Weil er kämpft nämlich in meinem Namen gegen die Community. Und, äh, immer wenn er einen auf die Fresse kriegt, gegen euch verliert, muss ich trinken. Ja, das wird ein Alkohol-Suffstream. Einmal im Jahr mache ich sowas. Sonst trinke ich eigentlich nicht im Livestream. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Was werden uns, äh, denn hier für Sachen unterstellt? Ich weiß nicht, was du meinst, äh, Kali. Weil, von mir aus kommt bloß Positives. Eigentlich nix, Kali. Keine Ahnung, was jetzt an dich herangetreten ist. So, der Rest kommt unten rein. Und, äh, das war eine Vermutung von Defi. Ich hab halt gefragt, ob er, ob ihr das gesagt hättet. Also, das ist ja nur ne... Dein Omen auch. Ist auch nur ne Vermutung. Hab ich auch negiert. Die können ja gerne mitspielen. Wahrscheinlich. So, warte mal. Ich würd's verstehen, wenn ich unerwünscht wär. Versteh ich nicht. So, warte mal. Wilder Honig. Wir brauchen auf jeden Fall noch wilden Honig für heute. So, als Ziel. Diamant werden wir wahrscheinlich aus, äh, irgendeinem Geheimversteck bekommen. Na ja, gut. Dann lasst mal gucken, dass wir den Lava Pool jetzt hier noch hinbekommen. Dafür müssen wir nochmal einmalig auf die alte Welt gehen. Achso, ich hab eigentlich... Moment. Wir müssen uns ja um noch mehr Tiere kümmern. Oder? Ist das so? Was droppen die da hinten? Ach doch, das sind die Honigdinger, ne? Ich weiß gar nicht, was die essen. Ich nehm mal kurz von allem etwas mit. Irgendwas davon werden die essen. Irgendwas davon werden die essen. Wir haben einmal Fleisch, Obst und Gemüse. Los geht's. Wie gesagt, Omen und Devi einfach nachfragen, ne? Ich denk mal schon, dass sie Platz haben. Ist auf jeden Fall auch besser, als beleidigt zu sein und zu vermuten, dass von unten erwünscht ist. Essen die auch sowas hier? Nee. Aber sie essen Obst. Das ist ein Anfang, oder? Hä? Guck mal, hier liegt sogar noch Obst rum. Nein, das war generell in den Raum gesagt. Das war jetzt nicht an dich direkt gerichtet, Omen. Das war generell gesagt, man soll halt nicht direkt beleidigt sein oder sich irgendwelche Sachen denken und 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 und. Immer den direkten Kontakt suchen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Da habe ich mich eventuell falsch ausgedrückt. Schön, dass hier Obst ist. Das trifft es ja gerade ganz gut. So. Weil sowas passiert, habe ich halt auch schon relativ oft festgestellt, sowas kann halt ganz schnell gehen. Dass man denkt, dass etwas ist und man sich dann zurückzieht und dann einfach gar nicht den Kontakt aussucht, um Dinge zu klären. Das ist natürlich der falsche Weg, ne? Alles derchen gerne. Gute Nacht, schlaf gut. Schön, dass du nochmal da warst. Und dann weiterhin gute Besserungen, ne? So. Hier verkaufen wir jetzt mal hier noch einen ganzen Satz, damit die nachproduzieren können. Sonst war ja das Füttern für mich sonst. So. Guter Schlaf, gleich Augenschmerzen, ne? Du hast Augenschmerzen aktuell. Alle krank, alle kaputt. Das ist echt der krasse Wahnsinn, was hier in letzter Zeit passiert. Die Menschheit ist zerbrechlich geworden. Hab immer Augenschmerzen. Das ist noch schlechter. Gar nicht gut. So. Wir werden übrigens die Tage auch noch The Fridge is Red zu Ende spielen. Da kommt jetzt nämlich ab morgen das Let's Play bei mir auf YouTube. Und, äh, wir haben das noch nicht zu Ende gespielt. Deswegen werden wir das dann auch die Tage tun. So, wen haben wir denn hier? Die Texte hier lese ich nicht mehr, weil das ist noch so, 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 so. Babykram benötigen, schwierige Sache. Auf jeden Fall hast du mich bedenken. Ja, hier, das sind halt jetzt immer dieselben Sachen. Und am Ende kriegen wir einfach ein Item. Und du beschlossen hast, äh, das große antike Gerät in den Ruin als, äh, Glaswüste nicht zu nutzen, um das, äh, um dich auf ein Abenteuer quer durch den Kosmos zu begeben. Ich habe ihm gesagt, Hobson, äh, Twillinger. Die Entscheidung einer Frau ist, äh, durch Raum und Zeit zu reisen. Ist, äh, einzig und allein ihre eigene. Aber er ist wohl sowohl stur als auch irre neugierig. Aha, mhm. Das war kaputt, ne? Das klingt irgendwie nicht richtig. Hobson sagt, er hat das Teil, äh, betriebsfrei zurückgelassen, als er gegangen ist. Er wollte die Tür für die nächsten abenteuerlustigen Seelen da draußen offen lassen. Nun, Beatrice Lebeau, äh, scheint so als hättest du ein weiteres Rätsel gefunden. Viel Glück damit. Vielleicht solltest du ein Buch schreiben, wenn das, äh, hier alles vorbei ist. Würde eine wahnsinn, äh, wahnsinns Abenteuergeschichte abgeben. Alles klar, wir kriegen nichts, das war doch Story. Scheiße, ich habe die Hälfte geskippt. Scheiße. Diese Frau ist Chattin alt. Das trifft eigentlich relativ gut, ja. So, ich bin am überlegen, ob wir, ob wir direkt Stuff mitnehmen. Oder ob wir das ohne Weg sammeln. Wir werden das ohne Weg sammeln. Komm, scheiß drauf. Wir gehen jetzt erstmal auf die erste Karte, weil bei der zweiten Karte haben wir ganz viele Sachen, die wir heute aufmachen werden noch. Äh, und Dinge, die wir füttern müssen und 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 und. Aber dazu kommen wir erst nach einer kleinen Abenteuerreise auf der ersten Karte, die wir bereits kennen. Wir raten wir jetzt auf die Sekunden. Alles okay. Bis zum nächsten Mal.